Hi, ich bin zurück aus Estland, heute Nacht gelandet, man sieht es mir noch ein bisschen an, ich bin ein bisschen verschlafen, gerade aufgestanden, aber ich habe euch schrecklich vermisst, zu der Estland-Reise an anderer Stelle nochmal mehr, werde ich ein bisschen was dazu erzählen, aber es soll hier erstmal um Dota gehen, um euch, ich will wieder mit euch zusammen spielen, und zwar Community-Spiele, heute Nachmittag, wer gar nicht weiß, wovon ich rede bei meinen Community-Spielen, der sollte sich mal die zwei Links in der Beschreibung des Videos anschauen, da erkläre ich ein bisschen was, als ich die ersten Aufrufe gemacht habe, alle anderen, die schon Bescheid wissen, wissen, worauf sie sich freuen können, und wer sich bis jetzt noch nicht beworben hat, aber trotzdem ganz gerne mitmachen möchte, sollte unter dieses Video posten, mit den Sachen, die ich in meinem Video erkläre, alles ganz schön schwierig, wie Spiel haben wir es jetzt, okay, ich würde sagen, vielleicht um eins starten wir, vielleicht einen Ticken früher, aber in dem Dreh, und dann möchte ich heute den Nachmittag und den Pfingstmontag nutzen, wenn ich Zeit habe, wenn ihr Zeit habt, wenn wir zusammen Zeit haben, um mit euch die Community-Games zu machen, und hoffentlich irgendwann dem German-Dota-Team näher zu kommen, mit seiner finalen Aufstellung, ich habe ein paar coole Ideen, auch für Lineups, für Teams, hoffentlich klappt das, ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut, bis dann, tschüss! Und dann, tschüss! Und dann, tschüss! Und dann, tschüss! Und dann, tschüss!